Das Stackregister befindet sich, wie alle anderen Register auch, auf der CPU. Der Wert, den es enthält, beziffert eine bestimmte Stelle im Hauptspeicher. Diese Stelle ist das obere Ende des Stacks und daher hat das Stackregister auch seinen Namen. Unter einem Stack versteht man in der Informatik eine Datenstruktur. Es können also Daten auf dem sogenannten Stack abgelegt werden oder vom Stack wieder heruntergenommen werden. Die Verwendung der Begrifflichkeiten auf dem Stack ablegen oder vom Stack wieder herunternehmen ist dabei schon ein deutlicher Hinweis auf die Arbeitsweise eines Stacks. Es gibt hier nämlich eine sehr eingestrengte Zugriffsmöglichkeit auf die Datenelemente auf dem Stack. Das schauen wir uns an einem Beispiel an und füllen deshalb unsere CPU bzw. unseren Hauptspeicher erst einmal mit ein paar Daten. Da haben wir zunächst die Befehle unseres Programms, den sogenannten Programm Text und der steht üblicherweise ab Position 0 aufsteigend im Hauptspeicher. Sobald dieses Programm jetzt ausgeführt wird, sprechen wir von einem Prozess und wir gehen einmal davon aus, dass dieser Teil des Hauptspeichers genau der Teil ist, dem unser Prozess zugeordnet ist. Es ist dabei egal, ob es sich um den kompletten Hauptspeicher handelt oder nur um einen bestimmten Teil des Hauptspeichers. Dieser Teil ist speziell für unseren Prozess reserviert. Alles oberhalb des Programm Textes nennt man nun das Datensegment dieses Prozesses und das Datensegment ist wiederum aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Da haben wir den Data und den BSS Bereich und es gibt den sogenannten Heap und den Stack. Die Größe der Bereiche Data und BSS wurde bereits durch den Compiler festgelegt und ändert sich zur Laufzeit unseres Prozesses nicht mehr, jedoch können sowohl Heap als auch Stack deutlich wachsen oder auch wieder schrumpfen. Beide beginnen beim Programmstart bei einer Größe von 0 und je nachdem, was so während der Laufzeit passiert, wachsen sie oder schrumpfen sie auch wieder. Viele, wenn auch nicht alle Rechner realisieren das hier gezeigte Prinzip. Dabei wächst der Stack von oben nach unten und der Heap von unten nach oben und das ist sehr sinnvoll so, denn der Bereich dazwischen ist ein freier Speicherbereich und solange sich Stack und Heap nicht irgendwo in der Mitte treffen, können sie also beliebig groß werden. Wenn der Heap ganz klein ist, kann der Stack ganz groß werden und umgekehrt auch. Der Wert im Stackregister zeigt nun immer auf das obere Ende des Stacks und das obere Ende des Stacks ist hier in unserer Animation die Spitze des Pfeiles. Kommen wir jetzt darauf zurück, was es bedeutet etwas auf den Stack draufzulegen oder von ihm herunterzunehmen. Per Definition sind dies die beiden erlaubten Operationen auf einen Stack. Es ist das Prinzip eines Bücherstapels, bei dem man nur oben etwas drauflegen oder auch direkt von oben wieder herunternehmen kann. Genau genommen müssen wir den Bücherstapel natürlich jetzt auch von oben nach unten wachsen lassen. Operationen auf den Stack können einerseits aus dem Programmtext heraus ausgeführt werden. Es ist also denkbar, dass im Assemblerbereich der Befehl Push bzw. Pop auftaucht, um irgendetwas auf dem Stack abzulegen bzw. wieder herunterzunehmen. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, dass das Steuerwerk den Stack nutzen kann. Das Steuerwerk kann also zu bestimmten Zeitpunkten Informationen auf dem Stack ablegen oder vom Stack wieder entfernen. Das wird uns später an verschiedenen Stellen noch sehr nützlich sein. Übrigens, der Heap arbeitet nicht mit dem Befehl in Push bzw. Pop. Der Zugriff auf den Heap ist auf völlig andere Weise möglich, aber das wird an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Die Zeitpunkte Untertitelung des ZDF, 2020